Ja, hallo. Hier spricht das Team 2 und 3 der Gewerkschaft der Polizei. Wir befinden uns gerade an der deutsch-polnischen Grenze. Wir sind auf dem Rückweg von der Ukraine, wo wir in den letzten zwei Tagen Flüchtlingsgüter oder Güter für die Flüchtlinge verteilt haben. Mein Name ist Jenny Dreitzner. Ich komme von der Kreisgruppe Kassel. Das ist die Mörka Stricker. Ich bin bei der Stadtverwaltung Kassel und auch in der Kreisgruppe Kassel der GdP. Ich bin Robin Jeckel. Ich bin Polizeikommissarsanwärter im sechsten Semester. Ich bin in der Jugendgruppe der GdP. Ich bin Herr Tomuschalski, war ehemalig in der Jugendgruppe und habe das Ganze noch unterstützt als ehemaliger Kollege. Das ist die zweite Version von diesem Video. Wir haben bereits eins in Chelm vor einem Kinderheim gedreht. Da kann man glaube ich sagen, dass es nicht ganz angemessen war, das alles so zu schildern. Da waren die Eindrücke zu präsent. Jetzt haben wir alle mal eine Nacht drüber geschlafen. Wir sind 2100 Kilometer mittlerweile gefahren und versuchen das alles aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Man kann es kurz zusammenfassen, zumindest ist so mein Eindruck, dass es atemberaubend ist, was hier alles passiert. Es ist schockierend auf der einen Seite. Man sieht wirklich tatsächlich nur Frauen und kleine Kinder, die über die Grenze fliehen, dort von Bussen in Empfang genommen werden und dann quasi in der Ukraine verteilt werden. Diese Busse fahren dann teilweise bis nach Deutschland weiter. Man hat sicherlich den Status von der GdP oder auch meinen Status bei Facebook oder Instagram gesehen. Da habe ich auch schon die ersten Anfragen bekommen, ob es denn möglich wäre Kontakte zu knüpfen. Man möchte mit Bussen darüber fahren, um die Leute da rauszuholen. Die Resonanz bei uns ist sehr, sehr groß. Die Leute spenden sehr viel. Das haben auch wir gemerkt. Deswegen fährt die Gewerkschaft der Polizei auch nochmal darunter. Das wird noch zwei, drei, vier, fünf Fahrten geben. Von den Spendengütern her ist es so, dass sehr, sehr viele Kinderartikel benötigt werden, weil die gehen dann zum einen direkt über die Grenze oder in ein Kinderheim oder werden halt in diesen diversen Flüchtlingslagern verteilt, wo halt wirklich ganz, ganz viele Menschen sich um ganz, ganz viel kümmern und sich wirklich binnen kürzester Zeit komplett aufbrauchen. Vor zwei Wochen sah das Leben bei den Helfern auch ganz anders aus und mittlerweile sind sie ängstlich, aber hoch motiviert, allen Leuten zu helfen. Da war es ganz schön, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen konnten. Ja, ich möchte eigentlich da ein bisschen anknüpfen. Wir sind sehr, sehr herzlich aufgenommen worden von den Helfern. Bei denen bricht natürlich die Welt zusammen. Die sind sehr nah am Geschehen. Die sind keine 30 Kilometer von der Grenze entfernt und sind wirklich nach dieser kurzen Zeit schon vollkommen am Limit, weil die einfach Angst um ihr Leben haben und sehen, was es mit anderen Leben macht. Und es war schon sehr beeindruckend, mit wie viel Herzblut die trotzdem in diese ganze Geschichte reingehen. Es ist super wichtig, dort da zu sein und die Leute emotional auch zu unterstützen. Natürlich brauchen die aber nicht nur Sachspenden, Geldspenden, damit man das, was wirklich gebraucht wird, auch aufteilen kann. Medizinische Ware ist auf jeden Fall immer benötigt. Wer auch immer gute Kontakte hat, darf das natürlich immer noch gerne spenden. Verbandskästen, die laufen fast alle bei uns aus jetzt. Dort werden sie aber gebraucht. Da guckt kein Mensch drauf, ob da noch ein Aufkleber drauf ist oder nicht. Ja, also ich bin froh, dass ich jetzt nochmal eine Nacht geschlafen habe. Es war sehr emotional auch im Kinderheim zu sehen, dass uns dort eigentlich am liebsten die Kinder ins Auto gesetzt worden wären. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, aber trotz alledem, die sind echt tapfer, die Leute. Und ja, wir brauchen natürlich trotzdem die Unterstützung. Ja, für mich war das gestern auch unglaublich. Es war schockierend zu sehen oder auch zu wissen, wie nah wir eigentlich auch an der Grenze, an der Ukraine dran sind. Wir sind zwölf Stunden gefahren und waren eigentlich schon unmittelbar da. Und neben den wirklich erschreckenden und traurigen Bildern war es aber auch unglaublich beeindruckend, wie hilfsbereit und was für eine große Gemeinschaft es überhaupt gibt, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Jeder packt an, jeder war dabei. Man hat an der Grenze Schweizer Transporter gesehen. Man hat Autos aus allen möglichen Ländern gesehen, die da hingefahren sind und ihre Hilfsgüter hingebracht haben. Und wenn ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. Es ist unglaublich toll, was hier wirklich getan wird und wie engagiert die Menschen alle sind. Und natürlich ist es unglaublich furchtbar, was da passiert. Aber ich bin froh, dass wir jetzt hierhin gefahren sind, dass wir vier ein bisschen einen Teil dazu beitragen konnten. Und ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Spendet, was ihr spenden könnt, was ihr wollt. Geldspenden sind auch möglich. Was Smirka sagt, die Verbandskästen. Ich denke, das ist am allerwichtigsten. Genauso wie Decken oder Windeln für die Kinder. Und dann müssen wir gucken, wie das weitergeht. Viel zu sagen gibt es nicht mehr. Was? Wichtig, was noch nicht gesagt wurde, ist Babynahrung. Wenn ihr irgendwie Babynahrung, Breigläschen organisiert kriegt, das ist noch Mangelware drüben. Absolut. Wenn ihr Ärzte kennt, wenn ihr Apotheker kennt, fragt nach, ob es da Spenden gibt für Notfallmedikamente, für Notfallmedizin. Da gibt es Wege, die direkt zu Verwundeten in der Ukraine zubringen. Ansonsten war das ein sehr, sehr aufregender Trip. Sehr emotional. Macht euch allen bewusst, dass es nicht weit ist. Wir sind abends losgefahren und wir waren morgens da. Das ist ein Katzensprung. Das ist ganz nah. Das ist trotz allem unheimlich erfüllend, zu sehen, wie viele Leute sich auf diesen Weg machen und das alles auf sich nehmen. Wir haben unglaublich viele Busse gesehen, unglaublich viele private Hilfsorganisationen. Bald wird wahrscheinlich auch noch richtige Struktur aufgebaut sein. Bis dahin kommt es auf jeden Einzelnen an und besonders auf Spenden, die das Ganze unterstützen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wir fahren wieder runter. Das war noch mal. Genau. Ja. Vielen Dank.